Schalbea näht. Heute Schrankvorstellung Spezial. Hallöchen, hier ist Schalbea. Heute mit einem ganz besonderen Video, weil es Live-Ton ist und Live-Bild und es ist nichts geschnitten und wahrscheinlich auch ziemlich wackelig. Ich wollte euch ganz aus der Reihe meinen ganzen Stolz präsentieren. Mein Mann und ich, wir haben uns nämlich einen Nähschrank gebaut. Der hat hier einen Riegel. Damit macht man den auf. Hallo Hand. Und dann kommt man hier Stückchen für Stückchen in das wunderbare Reich meiner Nähmaschine und allen drum und dran. Und das da ist eine Tischplatte. Und in der nächsten Aufnahme zeige ich euch dann, wie das Ganze fertig aussieht. Und da ist das Prachtstück offen und fertig aufgebaut. Ihr seht, ist die Platte jetzt unten. Da ist das Tischbein, was eben noch oben dran hing. Ja, und jetzt ist das eine fertige Werkstatt. Wir haben hier oben, ich gehe da mal eben näher hin, haben wir unser komplettes Arsenal an Scheren und allem, was man so braucht. Stecknadeln und so weiter, links ein paar Knöpfchen. Wir werden das auch auf Dauer noch ein bisschen erweitern. Im Regal unten dran das Bügeleisen, was wir auch normalerweise benutzen. Deswegen in dem Teil vom Schrank, da kommt man einfach so dran. Und dann die Schnittmuster, selbst ausgeschnittene und auch Bücher dazu. Hier unten die Overlock und die zwei Nähmaschinen inklusive dem gesamten Kabelsalat. Unter dem Tisch, immer frei zugänglich, wenn der Schrank aufgeklappt ist, in dem schwarzen Köfferchen das Lederwerkzeug. Und das Stickgarn in dem kleinen Stickkästchen da unten drunter. Und hier jetzt noch im Ruhezustand die Bänder und alles, was wir in Applikationen haben. Dann die Leuchte, die wir extra dazu haben und hier unsere Garenauswahl. Die kann immer noch weiter erweitert werden. Wir haben hier oben noch einiges an Regalplatz frei. Da der Mülleimer, den wir dann immer nutzen, wenn irgendwelche Stoffreste übrig sind und irgendwelchen kleinen Furzelkram. Ja, da bin ich auf jeden Fall super stolz drauf und sehr, sehr happy mit. Kostenpunkt ungefähr, ich glaube mit allem drum und dran jetzt bei knapp 300 bis 400 Euro, genau weiß ich es nicht. Aber wenn wir das fertig gekauft hätten, wie es angeboten wird von verschiedenen Herstellern, was auch ganz großartig ist, hätten wir bei 2000 erst angefangen. Insofern, ja es ist kein How-to-Video, aber ein sehr stolzes, so sieht es aus. Und wenn ihr euch sowas selber bauen wollt oder Verbesserungsvorschläge habt oder Ideen habt oder so mal Tipps wollt, dann sagt einfach Bescheid. Als kleine Ergänzung hier noch kurz eine Aufnahme, wie das Ganze im Betriebszustand aussieht, also mit der Leuchte und so weiter. Das heißt, das nächste Mal, wenn ihr euch ein Nähvideo anguckt, was nach diesem hier veröffentlicht wurde, ist es sehr vermutlich an diesem Tisch gemacht worden. Ich freue mich auf eure Kommentare. Bis dann!